Nadja Engel ist eine deutsche Schauspielerin. Sie wohnt in Berlin, leben. Nadja Engel ist die Tochter der Schauspielerin Petra Kelling und eine Enkelin von Rudolf Engel. Von 1981 bis 1985 war sie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin und schloss dort mit einem Diplom ab. Engel hatte anschließend ihr erstes festes Theaterengagement am mecklenburgischen Staatstheater Schwerin unter der Intendanz von Christoph Schroth. Dort spielte sie Uhr, Julia in Romeo und Julia, Natascha in Nacht Asyl, beide unter der Regie von Christoph Schroth und die Lotte in einer Bühnenfassung von Goethe's Die Leiden des jungen Wertherrs. Es folgte ein Festengagement am Berliner Ensemble, wo sie mit Regisseurin mit Manfred Wegwert, Fritz Marquardt, Christoph Schroth, Werner Schröter und einer Schläf arbeitete. Zu ihren Rollen am Berliner Ensemble gehörten U.A.R., Natalien Prinz Friedrich von Homburg oder die Schlacht bei Färbelin und Frau Krause in Vorsonnenaufgang. Seit 1997 ist sie als freischaffende Schauspielerin tätig. Sie hatte Engagements am Friedrichstadtpalast Berlin und in der Spielzeit 2006-2007 am Musicaltheater Bremen. Dort spielte sie unter der Regie von Matthias Komm, die Mutter in Lieblingsfarbe bunt. Ab 2008 entwickelte Engel eigene Theaterprojekte in Berlin, teilweise in Zusammenarbeit mit ihrer Mutter Petra Kerling. In der Spielzeit 2010-2011 hatte sie ein Gastengagement an den Bühnen der Stadt Gera. Sie spielte die Zauberfrau in dem Märchenstück Die Schneekönigin. 2012 gastierte sie am Schlosstheater Zelle an der Seite von Claude-Oliver Rudolph in dem Ensemble-Stück Hauptsache Arbeit von Sibylle Berg. Erste Film- und Fernsehaufgaben hatte Engel bereits in der DDR. 1989 war sie in dem Fernsehfilm Geisterfahrer aus der Fernsehreihe. Der Staatsanwalt hat das Wort gemeinsam als Mutter-Tochter an der Seite ihrer Mutter Petra Kerling zu sehen. Sie spielte Jeanette Balthus, die Verlobte des Junior-Chefs eines Friseursalos. Nach der Wende hatte sie im Westen zunächst schwerpunktmäßig kleine Rollen in Kinofilmen, so in dem W.I.M.Wenn das Film in weiter ferne Sonar. Punkt. Der Kinofilm Adamski von Jens Becker mit Engel in der Hauptrolle als Lilly. Er hielt 1994 den Förderpreis Langfilm beim Filmfestival Max-Ophüls-Preis. In dem Kinofilm Oskar und Leni mit Christian Redel und Elisabeth Trissen A. in den Hauptrollen spielte sie Tanja, eine Kollegin und Freundin von Leni. Ab 2000 wurde das Fernsehen zur Engels Arbeit Schwerpunkt. Hauptsächlich spielte sie fortan in Fernsehserien, wo sie durchgehende Serienrollen, Episoden Haupt- und Nebenrollen und Gastrollen hatte. Größere Bekanntheit erlangte durch ihre durchgehende Serienhauptrolle in der Krankenhaus-Serie Alpha Team, die Lebensretter im OP. Sie verkörperte die Krankenschwester und Diakonisse Schwester Dorothea. In dem Kinofilm Sonja der finnischen Regisseurin Kesi-Marie I. Martainen, einer zart poetischen Liebesgeschichte über die Freundschaft und erste Gefühlsverwirrungen zweier weiblicher Teenager, verkörperte Engel Sonjas überforderte mit ihr in einer Plattenbausiedlung lebende Mutter. Eine kleine Nebenrolle hatte sie in dem Kino Erfolg der Vorleser. Sie spielte eine Mitarbeiterin der Gefängnispoststelle. Mehrfach hatte Nadja Engel Auftritte in der ZDF-Fernsehserie Notrufhafen kannte. 2007 spielte in der Episode Auf der Flucht Frau Kreuzer, die Mutter des 17-jährigen Schülers Jan Kreuzer. In der Erfolgsserie In aller Freundschaft war sie INSG. In drei Auftritten zu sehen, so U.A. 2007 als Taxifahrerin Iris Derea in der Folge 366 und 2011 als Doris Schmidt, Ehefrau des Speditionsinhabers Eberhard Schmidt in der Folge 502. In der Fernsehserie Familie Doktor Kleist spielte 2010 in der Folge Neue Wege wieder einmal an der Seite ihrer Mutter Petra Kellig. Sie verkörperte die alleinerziehende Mutter Martina Thaler, deren Tochter von der Großmutter in deren kleiner Schneiderei betreut wird. Engel hatte in den Jahren seit 2009-2010 außerdem Episodenrollen in den Serien Soko Wiesma, Soko Leipzig, Mord mit Aussicht, Allesklarer, Heiter bis Tödlich, Akte Ex, Soko Köln und Ein Fall von Liebe. In dem Kurzfilm Porn-Punk-Poetrie, der im April 2014 auf Arte gezeigt wurde, hatte Engel eine Nebenrolle. Sie spielte die Barfrau Kamille. Der Film wurde U.A. beim Kino-Fest Lünen gezeigt und gewann 2014 den Michael-Beilhaus-Preis für Kamera-Absolventen bei den First Steps Awards. Im April 2015 war Natja Engel erneut in der ZDF-Krimiserie Soko Wiesma zu sehen. In der Folge Glück und Glas spielte sie Carla Weber, die Inhaberin eines kleinen Lebensmittelgeschäftes und Mutter der Episodenfigur Jan Weber. Filmografie, 1985 Der Sohn des Schützen, 1989 Prinz Friedrich von Homburg oder die Schlacht bei Färbelin, 1989 Der Staatsanwalt hat das Wort Geisterfahrer, 1989 Die Bertines, 1990 Grönland, 1993 In weiter ferne Sona, 1993 Adamski, 1996 Schatten der Vergangenheit, 1996 Doppelter Einsatz, 1996 Tatort, Tod im Jaguar, 1999 In aller Freundschaft, 1999 Oskar und Leni, 2000 Die Gefesselten, 2000 Max und Lisa, 2000 zu 2004 Alpha Team, die Lebensretter im OP 2002 Doppelter Einsatz, 2006 Sonja, 2007 Deadline Jede Sekunde zählt, 2007 Notruf Hafenkante, 2007 In aller Freundschaft, 2008 Tatort, Todesstrafe, 2008 Der Vorleser, 2009 Polizei Ruf 110 Fehlschuss, 2009 Soko Wiesma, 2010 Soko Leipzig, 2010 Mord mit Aussicht, 2010 Familie Doktor, Kleist, 2011 In aller Freundschaft, 2012 Alles klarer, 2013 Heiter bis tödlich Akteex, 2013 Soko Köln, 2013 Notruf Hafenkante, 2014 Porn-Punk-Poetrie, 2014 Ein Fall von Liebe, 2015 Soko Wiesma, 2016 Die Spezialisten im Namen der Opfer Hörspiele, 1991 Holger Teschke, der Schatzhüter im Burgwall Regie, Gerda Cietrich, 1992 Heinrich Traulsen, König und Besenbinder Regie, Peter Gröger, 1992 Clemens Brentano Die Märchen vom Rhein und dem Müller-Radlauf Regie, Peter Gröger Die Märchen vom Rhein und dem Müller-Radlauf